Oh Gott, Frank. Wir müssen sie wieder retten. Wen? Die da drüben, oder was? Die da drüben, ja. Ich bin schon alle released. Du weißt schon, das sind Sniper. Wir haben einen Sniper auf 120, 130 circa. Der muss von oben da irgendwo runterschießen. Also hier von irgendwo. Ich weiß nicht genau wo. Der schießt auf jeden Fall auf diese Position. Ich muss mal einen LKW... Ja, wir sind unser Teamkollegen. Ja, du kannst ja nicht holen. Doch, wir schaffen das. Ich lass niemals einen Kollegen zurück. Du kannst gerne da bleiben, warte mal. Ich werd bestimmt sterben, aber... Wir lassen niemals einen Kollegen zurück. Nee, kannst hier bleiben. Dumme ist das. Jetzt ist grad noch sinnlos. Ich warte noch kurz, bin nämlich bis ähm... Bis das aufhört zu brennen, weil ihr brennt grad noch. Ich will nicht brennen. Wenn ihr aufhört zu brennen, komm ich sofort drüber. Warte noch kurz. Ich bin, ich bin schon am Tod sein... Tun. Ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, dass ich hier im LKW drin sitze, aber... Laufen nicht ins weiße Licht, ne? Ne, ne. Nicht ins weiße Licht laufen, ne. Es ist nicht Panzer. Es gibt keine Panzer. Ja, vielleicht in so einer fiktiven Welt. Mit Playboys und Panzern. Ah. Ist weg. Glaub ich seh aber nur noch einen von euch, den ich hören kann, das ist Adran. Ja. Warum auch immer? Also ich kann immer noch auf Escape drücken. Ne, ne, ne. Warte mal, ich probier mal erstmal Adran. Fahre vor mich. Ja, 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 ja. Das Ding hat mir nur leider einen Bremsweg wie ein Elefant. Genau, deswegen fahre ich jetzt erstmal langsam. Bremsweg. 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 Er wisch mich trotzdem. Ist klar. Ist klar mit einer MP40, Alter. Von tot? Ja, natürlich. Ich komme. Ich komme. Nicht, äh, hier. Escapen. Ist klar, Alter. Ich bin direkt dabei. Der kommt von der anderen Seite, Frank. Der muss irgendwo von der anderen Seite des Wagens sein, wo ich gerade auch liege. Ach du, um jetzt nachher einfach eine Sniper, wenn wir da auf der russischen Seite... Infantry 3 Uhr sehr weit, hast du gesagt, Frank. So angesagten Dings. Ja, diese 3 Uhr Angaben sind immer total nervig, weil wenn du dich wegdrehst, dann weißt du nicht mehr, wo du einfach bist. Ja, ja, ja. Das ist so, dass du dich hindert. Alter, diese... Ach so. Ne, ich wollte schon sagen. Ja, vor mir sind alle tot gerade. Die sind alle gestorben. Ja, ja, ja. Ja, ey. Ich sehe hier nicht... Holy shit. Du bist auch tot? Ja, ich bin auch tot. Der läuft, der kommt von hinten. Ja. Da, wo ich hergekommen bin, kommt der auch her. Hä? Ähm... Auf der Seite, wo wir liegen, Chris, ne? Auf der Seite schießt jemand. Ja. Achtung, mit einer MP40. Oh, Demon... Oh, irgendjemand werft mich? Oh, ihr seid ja so viele. Ja, hab ich das Gefühl, lass dich auch nach, wie ich ihn finde. Ja, wir sind zu viele. Blau hat hier voll den Nachteil irgendwie, weil wir in den Berg hoch kommen müssen. Ja, ja, ja. Rot hat hier voll den ganzen Vorteil. Ja, vielleicht sollten wir den mal umfahren oder sowas. Keine Ahnung. Ich komm... Jedes Mal lauf ich den Berg hoch und äh... Und kriegt man hinten einen Rücken oder so. Keine Ahnung. Schauen, ob ich ihn finde. Vielleicht finde ich ihn ja wirklich. Ich lieg jetzt unter dem Truck. Unterm LKW. Ja, wir müssen zumindest mal dieses blöde Haus da halten. Ja, von da aus kannst du aber nicht schießen. Ja, nicht wirklich, ne? Das ist... Oder halt... Da gibt's überhaupt keine einzige Stellung von der aus. Von der aus du heute irgendwie... Ich lieg jetzt hier unter dem LKW. So machen könntest du... Guck, ob ich hier euch vielleicht ein bisschen für einen Feuerschutz geben kann. Bist du da mit dem Sniper irgendwie so 200 Meter vor die Zone legen und warten? Ja, ich hab hier ja gerne Mausen. Ich kann ja... Aber halt nur mit allen und Zeit, aber ist trotzdem relativ genau. Okay, ich komm zu euch, ne? Ich glaub jetzt auf euch zu. Ich bin jetzt hier erstmal in dem Haus dran, ja. Äh, ich hab jetzt geschaut, ob ich irgendwas sehe, aber ich seh gar keinen. Ja, die werden da von mir einfach getötet. Ja, immer noch der... Der Sniper. Schießt immer noch den Sniper auf mich drauf. Den Sniper seh ich. Wo? Das ist oben an der Mauer. Ja, sag doch mal Gratzer. Alter, warte kurz. 200 Grad. Jetzt circa. Der schießt auf mich, der schießt auf mich, der schießt auf mich. Er hat mich getroffen einmal. Und ich bin da. Er ist oben an der Mauer. Also über der Mauer sozusagen. Ich hab dir mal versucht, ein bisschen Weg zu smoken, ne? Ich bin links von dir. Ach so, für Adrian dann halt. Ach so, ja. Ja. Also ich bin eigentlich unrevivebar. Oh, ja. Die schießen zu uns rüber, ne? Ohne dass sie wissen, dass wir hier sind. Ja, aber woher? Die schießt von der Mauer runter. Aber sozusagen nur... Bleibst du hier mal links am Haus? Ich geh mal rechts am Haus. Ein bisschen gucken dann, dass das hier rumkommt. Okay. Adrian, das wäre ganz cool, wenn du zu uns kommen könntest. Okay. Ähm, ich guck, dass ich ein bisschen zurückgehe und euch von dort Feuerschutz geben kann. Okay. Trägt nicht wohl den Sekten. Aber hier sind wir halt in der Zone, weißt du? Die müssen ja auch erstmal herkommen. Wenn die uns halt hier haben wollen, dann sollen die ruhig herkommen erstmal. Peter, ich laufe damit Bescheid, weil es den Berg jetzt hoch. Ich bin jetzt an der Mauer gleich. Ich würd' nicht hochlaufen. Wie sag ich, ich brauch ne Waffe außer was. Ich hab nur ne Morde, dass ich nichts anfangen. Ach so. Da sind Gegner, wo du jetzt hinläufst. Ja, da sind Gegner, Alter. Ich weiß, ich weiß. Da hat einer sogar gekillt worden, halt von uns. Von unserem Team. Mute den einfach, Alter. Mute den einfach. Ich hab sogar so Dings ausgemacht. Das Haus kannst du vergessen. Das Haus kannst du vergessen. Ey, hier ist nix, damit man irgendwie mal ein bisschen... Alter. Hier in die Scheune kann man rein, Alter. Das ist ja krass. Stehen, Junge. Fährt er jetzt weiter, ne? Fährt er denn jetzt hin? Ist er jetzt weiter mit dir hoch? Ja, dann komm ich jetzt auch hoch. Ja, dann komm ich auch hoch. Warte. Vier Stück, vier Stück. Vier Männer sind grad oben. Eigen? Wir sind jetzt zu sechsbeinig. Ja, ich komm jetzt auch. Ja. Aber sag mir, wo ungefähr? In die Richtung, wo du gehst, oder was? Äh... Wir haben 90 Punkte, die Gegner. Rechts ist ein Loch, da sind alle gerade. Ich hol mir jetzt eine Waffe von den Gegnern, die hier liegen. Ich will auch eine. Ich hab keinen Bock auf die Mose. Ich weiß zwar nicht, wo er die sieht. Ich auch nicht. Aber er sieht sie. Das war so ein Kübelwagen, ne? Von denen. Ne. Ich... Ich kann ja auch nichts looten. Keine Ahnung, was der hat. Da hinten seid ihr. Wir sind zum ersten Mal hier hochgekommen, also. Wee. Wir waren doch vorher schon mal hier oben, aber wurden halt dann getwittet. Stimmt. Ja. Ich will auch schon wieder einen Kettenmangel, kann das sein? Ja. Ist aber ein eigener, oder? Jetzt müssen nur wieder... Achtung, Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Wirfbombe ab. Oder? Ne. Alter, was für ein Sturm hier gerade, Alter. Oh, das hat alles gekillt hier, ey. So krass, der Typ. Oh, was? Naja, das Flugzeug. Das... Oh, ja. Wie vor, zu dem nächsten Haus. Alu-Card. Da kommt... Hier ran, ne? Das meine ich, Alter. Das Flugzeug, das ist so OP. Ja, klar, Alter. Genau, Alter. Wie tief fliegt das? Weil... Weißt du... Eigentlich müsste das abstürzen, aber... Nö. Ich kann mit... 10 kmh überm Boden schweben, und... Fünf Meter überm Boden, und... In Zeitlupe, und euch dann alle wegschnetzeln. Alles... Guck dir das an, Alter. Ich bin tot. Ja, ja, warte mal. Das machen wir so gerade. Ich, äh... Es geht jetzt... Der dreht dann auch innerhalb von mal 10 Sekunden. Einfach mal. Es geht ja. Weil der normale Anpflegtreffer ein. Es kommt nichts. Ich würde sagen, ich gehe jetzt offline. Jetzt kommt da. Ja, warte. Ja. Ey. Ich bin sicher in der Eisenhecke. Ja, ne? Alles klar, Jungs. Äh, man sieht sich, ne? Ich gehe jetzt, äh, offline. Warte? Dreh grad wieder. Ja, ich geh jetzt mal rüber auf der anderen Strafenseite. Ich hab mal später. Also... Typ. Ich hab leider nur noch zwei Magazine. Eigene. Seid ihr wieder wiederbelebt, Anna? Ja, ich belebe hier drum gerade wieder, Leute. Ja, ich... Schön, dass ich vergessen werde. Nein, ich bin, äh... Ich konnte nicht wieder arrive werden. Also hab ich die ganze Zeit gewartet und keine Reaktion von euch. Und dann hab ich ein bisschen respawned. Sag doch was. Ey, der... Ich wollte einfach nur mal wissen, ob er noch weiß, was ich noch tat bin. Ja, natürlich. Wie hieß eigentlich der Typ, der uns von... Äh, weggeschnitzelt hat? Weiß ich nicht. Da kommt der. Also, der ist kaputt. Oh. Da ist aber noch ein feindlicher. Oh, ich bin da unten. Wow. Was? Über 100 Meter. Oh Gott. Irgendwo vom Berg oben. Blau. Ich hör den Schuss irgendwo. Da ist der, äh... Das kann doch nicht wahr sein, sag mal. Das ist unglaublich. Ey, wo ist meine Waffe? Der ist neben dem... Der ist neben diesem runden Dings unten. Am Berg. Ich hab keine Waffe mehr. Patrick. Da ist so dieser Bug-Dings, ne? Seht ich noch irgendwo ein Gegner rum? Ja. Da ist der. Rechts unten. Ich hab keine Waffen mehr. Ich hab nichts mehr. Von unseren Kollegen. Ist da, glaub mir. Hat zum Ding, glaub ich, getötet, ne? Wollte gerade schießen. Ja, der ist tot, ja. Äh, der Lodi ist nicht tot. Ich glaub, der ist tot. Ja, wir zocken gerade. Lucky. Weil die Teamkollegen da unten rumlaufen. Um das ohne wird getroffen zu werden. Oh, danke. Moni? Ich hab jetzt ne MP. Sehr gut. Jetzt liegt nochmal einer. Ey, guck ihn spielen, bitte. Nicht anfupsen. Weil ansonsten muss ich tot bekleiden. Ist da raus, ja. Oh, Alter. Wer schießt hier? Ah! Der ist da bei euch, ne? Immer noch. Als ob die nicht drauf gehen, Alter. Ich hab da voll reingesprayt. Ey, wie kommen die hier hin? Die sind so dreist mittlerweile, ey. Ja. Komm, wir gehen mal da auch hin. Das ist richtig krass. Vielleicht sollten wir den MG-Wagen auch umdrehen, Alter. Oh, das ist Flugzeug. Die Flieger. Achtung. Bombe. Bombe. Ich leb noch. Ich bin noch getroffen. Boah, hat der getroffen, Alter. Ja. Unglaublich, ne? Pass auf, da sind noch überall Granaten. Ich hab zwei gekillt. Drei gekillt. Jetzt halt ich mich mal selber hier. Alter, die MP ist ja mal voll OP. Auch wenn du 30 Schuss pro Person brauchst. Ich geb euch grad ein bisschen Rückendeckung, ne? Hier kommen immer noch welche. Ja, ja. Ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. An der Ecke braucht ihr nicht weiter vorrücken, also da. Die werfen immer noch. Die werfen immer noch Granaten. Ja, ja. Achtung, Nails, 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 Nails. Ich geh ein bisschen zurück. Also ich hab ganz gute... Ich hab hier nen 50 Kaliber auf die Ecke gerichtet, direkt bei euch, ne? Also... Ja, dann... Wenn die da rum kommen, dann... Dann geh ich hier ein bisschen in die Ecke. Ne, ne, wenn die rum... Ich steh im Fahrzeug hier. Ach so. Ja, ja, okay. Ich geb euch direkt Rückendeckung. Ich muss nur aufpassen, ihr dürft da nicht dann so rumwuseln, weil wenn ich dann schieße, dann... Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Dann werft Nails hin, wenn ihr die... Ja, ich hab keine Nails mehr. Dann laufen die uns wahrscheinlich jetzt. Nee, ich würde die ja sehen, aber ich seh sie nicht. Tod glaube ich alle. Ne, da waren zwei noch. Auf jeden Fall. Ich bin nicht gestorben. Einer revived und die anderen decken würde ich sagen. Ja, einer ist auch relativ weit nach hinten gelaufen, Freund. Ja, gut, der fährt vor. Der macht hier ein bisschen hier Tabula rasa, dann ist auch gut. Vorsicht! Ich bin gar nicht platt. Oh, Sniper. Da fallen die Leute nicht platt hier. Irgendwie einen großen Rucksack, ja. Der da. Der da. Oh, da kommt ein Flugzeug vorsichtig auf dich zu. Ja. Mit Bombe. Nee. Keine. Ich hab ihn zumindest gehittet. Wenn ich Glück habe, verliert er jetzt Benzin oder Keep Down. Boah, der ist noch geworden. Was? So, einer ist aus dem Flugzeug rausgeholt? Schiss, wenn du dich schießt. Schiss, wenn du dich schießt. Ja, los, mach. Mach so. Ich wollte dich heilen. Du willst mir ein bisschen rumfummeln da, während wir in der Ecke waren. Nee, nee, ich wollte dich heilen. Machst du ein bisschen. Aber das ist eine offene Wunde. Und was schießt hier? Weiter, 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 weiter. Echt? Ja. Jetzt soll ich mir die Snipe nehmen. Ja, du hast Flachzeuges hier. Aber es ist down. Oh, ich bin down. No, die schon wieder. Fucker. Ja, den hab ich. No, die hab ich gekillt. Wo war der? Ich seh die nicht, ey. Der war hier. Oh, lol.